Im Frühjahr legt das Marienkäferweibchen ca. 20-30 Eier an der Unterseite eines Blattes ab. Nach dem Schlüpfen bleiben die Larven einen Tag lang auf den leeren Eihöhlen sitzen und dehnen sich aus. Die Haut der Larven härtet aus. Nach 30-60 Tagen klebt sich die Larve mit ihrem Hinterleib an einem Blatt fest und verpuppt sich. Bis kurz vor dem Schlüpfen bleibt die Prübe beweglich. Wenn alles fest wird und die letzte Haut abgestreift wird, kommt ein Marienkäfer hervor. Erst ist der Marienkäfer noch feucht und weich. Er dehnt sich aus, sein Panzer wird fest und härtet sich. Langsam färbt sich der Käfer und bekommt seine Punkte. Untertitelung des ZDF.